Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Die tote Oma. Ja, das Gericht Tiegelwurst hatten wir so genannt. Das ist umgangssprachlich. Ja, Nico hatte das aber wörtlich genommen. Er ist nicht aus Deutschland. Es tut mir leid, ich war ängstlich. Ich dachte, Oma Inge wäre wirklich etwas passiert. Du bist herrlich, Nico. Ja, das alles ist uns wirklich sehr peinlich und wir bedauern sehr, dass sie kommen mussten. Aber das war keine böse Absicht. Nein, das hätte jedem passieren können. Also jedem, der die Sprache nicht kennt. Eigentlich sollten wir Nico dankbar sein. Er hat Zivilcourage bewiesen. Er hatte sich Sorgen gemacht. Genau, eigentlich ist es gar nicht peinlich, wenn jemand es gut meint. Sollen wir uns denn Ihren Hals mal anschauen, junge Frau, wenn wir schon einmal hier sind? Junge Frau, Sie machen nicht ganz verlegen. Mir geht's gut. Dann einen schönen Tag noch. Ah, sagt Ihnen auch. Schönen Tag noch. Wiedersehen. 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 Uff. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.